Hallo, hier ist der Diebstar. Willkommen zurück zur nächsten Folge, zur nächsten Aufnahme. Beim letzten Mal haben wir das erste Level gemacht, nämlich Anything But Tangerine. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Level, nämlich Lorenzo Soil. Das ist eins von den besonderen Leveln, die gab es nicht in allen Fassungen. Unter anderem gibt es die hier in der Playstation Version. Daher legen wir einfach mal los. Ja, mit Lorenzo Soil. Weiter geht's. Mal gucken, was ihr erwartet. Und ja, ich habe beim letzten Mal vergessen, tatsächlich zu erwähnen, wie wir gerne ein Spiel freigegeben ist. Das Spiel hat eine Freigabe ab sechs Jahren. Es ist für jeden, wahrscheinlich für jeden YouTube-Sort geeignet. Ich denke mal nicht, dass fünfjährige hier für YouTube unterwegs sind. Ja, wir sind jetzt hier, haben ein Zeitlimit, wie es aussieht und haben keine Waffe. Doch, wir haben eine Waffe ohne Munition, also unbegrenzt Munition. Müssen wir euch mal durchballern, denke ich mal. Machen wir es mal. Und müssen hier einen Weg rausfinden, vermute ich. Machen wir es mal. Na, oder auch nicht. Komm her. Man kann mal nicht hier raus schießen. Aber muss man so raus schießen, um den Weg rauszufinden. Na, komm her. Na, das war ja nicht sehr clever. So. Und weiter geht es wieder hoch. Ich weiß nicht, wie es nur noch ein Zettel aussieht, also haben wir nicht unbedingt ganz viel Zeit. Ah, sind da mit einer Uhr. Ist ja toll. So, hier geht es dann hoch. Und hier gibt es Kontinio. Kontinio. Ganz tolle Sache. Ah, ist denn alle. Haben wir ausgemacht, die Flamme. Haben wir erlisten lassen, durch den vielen Dreck, der drauf ist. Ah, komm schon. Ach, verdammt. Es schießt nicht in die Luft. Sehr nervig. Da geht noch. Da ist nur eine Uhr. Und ein bisschen. Ach, ja. Und weiter geht es. Oh, ja, diese Viecher, ey. Na, na ja. Ach, da oben ist es. Da muss ich mich mit. Da muss ich mich mit dem Stott zwingen dran. Immer aufräumen da. Und dann geht es da rüber. Ja, klar. Wenn es einem magfällt. Ah, was ist das denn hier? Kommt noch nie dran da hoch. Ich komm wieder hoch. Ich komm da nicht hoch, verdammt nochmal. Wir sind aufgeräumt, so. Ich komm wieder nochmal. Ah, jetzt. Jetzt hat es geklappt. So, das Loch ist auch verstopft. Kommt auch keiner mehr raus. Okay, jetzt geht es weiter. Was ist das da? Oh, hilf, was ist denn hier los? Oh, eine Uhr. Oh, eine Uhr. Ganz schnell. Da, eine Uhr. Da, eine Uhr. Puh, Glück gehabt. Hätte auch schief gehen können. Ich weiß mir nicht, was passiert, wenn die ausgeht. Äh, wenn die alle ist. Also, wenn die Zeit aus ist. So, na also. Mal da hocharbeiten, da hochballern. Mal ein bisschen die Dinge frei machen. So, na also. Können wir hier ein bisschen freichrauffüllen. Naja, irgendwie so. So, jetzt müssen wir auch da oben frei rein. Ja, genau. So, dann müssen wir uns hier langsam hier hocharbeiten. Aber sieht da ganz gut aus, aktuell. Und da haben wir auch raus gemacht. Und jetzt geht es hier hoch. Ja, momentan. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich, da sieht das ziemlich gerade aus hier. Also, ich wüsste nicht, wo es sonst lang gehen soll. Ich wüsste nicht, wo es sonst lang gehen sollte. Außer hier. Ja, also. So. Muss ich jetzt, muss ich jetzt hier hoch weiter. Warte, warte, warte. Oben, buddeln, buddeln, buddeln. Ist ja wie bei Minecraft hier. Mit der, mit der Waffe. Oder wie Terraria. So ähnlich ist er ja hier. Und weiter nach oben. Na ja, irgendwie. Irgendwie da oben sind wir schon. So. Aber, glaube ich, die Zeit alle. Irgendwo noch frei schießen. Und dann ist die Zeit vorbei. Scheiße. Ja, hier alles von oberm Kopf. Aber, sind wir tot oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein, wir leben noch. Wir leben noch. Oh, was kommt denn da alles? Das war was. Nach der oberen Uhr, übrigens, gewesen. Klapp vom Ziel vorbei. Da, kann man nur drauf schießen, auf die Dinger. Was muss ich eigentlich hier machen? Ach, man kann da durchschwingen. Ah. Ja, das war nicht sehr clever, aber. Komm schon, geh weg da. Jetzt komm ich noch nicht weg. Hange ich in so einem blöden Pixelfest. Pixeldreck. Ich hang in einem Pixeldreck fest. Ja, das ist die Geschichte von Earthstrom Swim. Das ist ja echt so. Ach, jetzt wenden wir den Ton wieder ein bisschen rum hier. Oh, komm her. So. Komm ich da hoch? Ja, komm ich da hoch. Oh ja. Interessant an diesem Level, finde ich ja so durchaus, dass man hier quasi den Dreck nur wegschaufelt. Ich hab jetzt hier eigentlich gelandet. Na, hier ist nix. Da hat man eine Uhr. Und ich mach... Ach, geht schon. Ui. Ach, verdammt, was mach ich denn? Ah! Ja, warte mal. Da muss ich mal kurz irgendwie anders hoch. Oh, wie das faffe? Boah. Ja, das war aber knapp. Was ist das denn hier? Was ist denn hier los, ey? Huh. Noch, 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 noch ein... Noch eine Uhr, noch ein Continue. Das ist ziemlich... Ach ja, ich renne einfach durch. Ja, klar. Sehr gut. Von... Sehr gute Idee, ja. Ich hab nur die besten Ideen, muss ich erst mal sagen. Ich bin... Hab so eine Ideenreichtum, manchmal. Okay, woher geht's da raus? Okay, woher geht's da raus? Da ist, da ist ein Continue, aber ich versuch mal hier. Oh, was, da ist doch irgendwas. Nö. Und mal drüberspringen einfach. Na gut. Machen wir am besten mal. Was mach ich denn? Ja, ich mach hier den Mutan. Ja. Ja, wieder das Board, verdammt noch mal. Was mach ich hier eigentlich? Ich krieg mal nichts auf Reihe. Ich bin einfach auf... Ey, ich komm mal an, dieser Blankkippe nicht klar. Verdammt noch mal. Sollen wir mal diese ganzen... Dreck mal weg. Das geht ja nur schief, hier. So, geht doch. Warum nicht gleich so, hä? Warum nicht gleich so? Ich weiß es manchmal auch nicht. So. Was ist das jetzt hier? Was ist das? Ah! Was mach ich hier mal damit? Ich schieße einfach mal ins Winde. Oh, ich komm hier nicht rein, nämlich klar. Ich muss den Alpha jetzt mal hin und her. Ich muss den so lange beschießen, bis der aufgibt. Glaube ich. So, so. Boah, ich mach mal nicht immer, man wird immer manchmal immer wieder getroffen. Ich muss da jetzt ganz hin und her. Uh. Zu nah, da bist du auch nicht gekommen. Ja. Ja. Jetzt geht er mich. Ja. Oh, was war das? Was war's? Wir haben mich erwischt. Wir haben es geschafft, ins Level. Huh. Wir haben es geschafft. Ja, war... Lief ganz gut. Wir haben etwas unversichtliches Level, fand ich. Ja, aber haben wir uns geschafft. Sehr gut. Es geht direkt weiter mit Puppy Love Part One. Was ist Puppy Love? Ich weiß es nicht. Aha. Oh ja. Okay, man kann... Bounce aber... Aha, wir müssen jetzt also... Puppy springen, rüberbringen. Puppy... Ach, und da sind wir in Psycho, übrigens. Ja, das ist Psycho. Der Rabe, die Krähe, was immer das für ein Viel sein soll. Es sind also zwei Tasten. Kann man einmal, ja, einmal drehen. Gar nicht so einfach. So. Weltkugel, was immer das sein soll. Wenn auf jeden Fall irgendwie extra aus, wie der aussieht. Den bringen wir jetzt rüber. Den bringen wir auch rüber. Uah! Scheiße, war falsch. Taste. Was denn? Ach, Gott. Jetzt wird er... Oh, jetzt wird er sauer. Und? Bitte verprügelt er uns einmal. Ja, ich weiß, das war nicht sehr toll. Wir haben einfach seine Puppies auf den Boden klatschen lassen. Wie Lemminge. Scheiße. Aber die Bombe kriegt er trotzdem ab. So, und tschüss ins Gesicht. Das tut bestimmt weh, oder? Findet jemand nicht, ja. Wenig her der Meinung. Und nur zwei. Ja, in mehr Runden, wie es aussieht. Dann kannst du mal ermecheln, ey. Weil sie am hecheln sind, zwar. So, und wieder rüber. Weiter geht's. Psycho, ja, der will und die Prinzessin heiraten, achte ich. Hat doch wohl noch Zeit, erst mal was anderes zu machen. Ja, die konnte ich wieder wieder kriegen, ey. Hin und her springen. Mist, könnte ich machen, aber... Ja, kam eine doppe Idee, glaube ich. Und wieder rüberbringen. So, weiter geht's. Ist gar nicht so einfach, finde ich. Ja, es sieht einfach aus, aber ist gar nicht so. Oh, verdammt, ich sagte, ich würde ihn treffen, aber war jetzt ganz schlecht. Oh ja, der ist auch angepisst. So. Okay. Oh. Ja, jetzt ist einer schon wieder weggefallen. Oh, so wird das nichts, glaube ich. So wird das nichts. So, lieben sie mal einfach ab. So, die Bombe kriegt sich trotzdem ab. Tschüss. Bamm. Mitten in die Fresse. Mitten ins Gesicht, ja. Ja, tut aber, wie gesagt, tut so bei Stümpfingern so eine Bombe ins Gesicht kriegst, ja. Runde 3. Aber jetzt, ja, das war ja kein Thema, wie ihr mal ein Level, wie ihr sehen könnt. Das ist eher ein anderes. So, rübergebracht. Mitten jetzt hier, Baby. Ja, Hunde zu spielen, hier dachte ich so. Wer ist da noch, das ist so, rübergebracht. Weiter geht's. Wie die Hunde knarrten die eigentlich? Du erlst du? Ach, verdammt. Oho, scheiße. Aber den krieg ich trotzdem. Der war wichtig. So kann ich mir das nämlich ein bisschen erlauben. Scheiße. Nein. Ey, ich bin auf alle noch herbeigesprungen jetzt. Das ist gar nicht so einfach.